Nummer 19. Nepomuk. 2020 geborener Wallach von Natago Stand-Up Granulit. Aus der Zucht von Elko und Claudia Thekmeier. Im Besitz der Schulze-Avadik-Sportpferd und Aufzucht-GWR aus Rosenthal. Nepomuk, ein moderner Springathlet. Er beeindruckt durch seine herausragende Qualität und ist ein wahres Musterbeispiel an Einstellung und Bereitschaft. Mit außergewöhnlicher Vorsicht, unerschöpflicher Energie und beeindruckendem Vermögen meistert er jede Herausforderung im Parcours und begeistert durch seine Sprungkraft und Eleganz. Aus derselben Mutterlinie stammt der gekörte Hengst Otto de la Roche FH von Orlando. Mit seinem Reiter Oliver Ross feierte er erfolge im Parcours bis 1,45 Meter. Er war Finalist bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde und nahm erfolgreich beim Bundeschampionat teil. Nummer 19. Nepomuk. A Galdenborn 2020 bei Natago Stand-Up Granulit. Musik 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 Musik